Okay, jetzt wird's richtig wild. Priest Simulator. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wilder, wirrer, scheiß, Alden. Ja! Alter, mal ohne Scheiß. Es fängt einfach schon viel zu wild an. Ich muss boxen. Ja! Oh mein Gott! Ich kann, ich hab ja, ich hab ja Fists of the Priest. Okay, da kommen immer die Zeichen vorab. Muss irgendwas... Eat this! Okay. War da irgendwas zum Aufheben? Ne. Ich renne gerade die ganze Zeit nur rum und boxe hier irgendwas kaputt. Aber die Frage ist... Bam! Bam! Hat einer geschossen? Ich muss doch da rein, oder? Zack, zack. Oh, guck, das ist die linke Maus, da hast du recht. Oh, ich kann schießen. Das ist das. Alter, nicht dein Ernst. Jetzt macht's erst Klick. Sooo, und jetzt kommt wieder die Abschirmung. Und es rollt sich weiter. Ja, krass. Okay. Das macht's natürlich einfacher hier. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht so ewig... Und die Spawn ist hier auch schon schön. Wir können voraimen. Easy. Links und rechts Doppelklick. Direkt den Doppelwummer raushauen. Und dann gib ihm. Oder hier, dadadadada, Gatling-mäßig. Aber das Ding ist, glaube ich, schon platt gleich, ne? Oh, da kommt die Walze wieder. Uh, lauf! Alter, was ein Trash-Game. Geht schon wieder gut los. Ist ja genau richtig hier für den Kanal, ey. Bam! Der absolut geilste Trash mal wieder. Mega! Also, raus damit. Badadadadadada. Und ich glaube, ich hab's. Alter, es ist... ...einfach schon wieder zu wild, ey. Ja, Mann, raus hier. Und sie gibt's einfach um. Und es ist einfach... Was ist denn das? Was ist denn das wieder, ey? Fuck! Geht einfach gut los. Alter, wenn's dir jetzt schon gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir mega für diesen neuen Kanal hier. Ups. Nee, nee, warte jetzt. Wurden die jetzt raus... Die wurden jetzt rauskatapultiert. Alter, was... Ist denn das? Das kann sich aussehen. Was sind denn das für Figuren, Alter? Ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß, ne? Wären das hier nicht alles irgendwelche komischen Puppenfiguren oder sowas? Dann, ähm, dann hätten die das, glaube ich, gar nicht so hochladen können, Alter. Alter, was ist denn das für ein weirder Scheiß, Alter? Shut the fuck up! Voll der Slang! Sometimes you get those revelations and pisses everyone off. Could want to know the future. Seem Salavim, Vampire. You gonna go into the church and fulfill my three wishes. Machen wir. For the Vampires, Alten. Äh, Priest, Priest, Priest. Okay, jetzt ist es wild. Jetzt ist es wild. Ohne Scheiß, ich komme mir gerade so ein bisschen vor, so ein bisschen First Person Diablo mäßig. Ab in so ein Dungeon hier, ab in die, ab in die Katakomben. Links. Rechts. Der Doppelwummer. Also, es ist wahrscheinlich böse. Gut. Testen wir mal. Wir gehen mal rein. Okay, wir können nichts aufheben. Können wir was aufheben? Die Box-Effekte sind schon mal gut. Gibt's irgendwas, was wir... Wirklich? Oh, krass. Wir können dann hier... Oh, krass. Glas mit Gurken, Alter. Bisher keine Ahnung. Aber das Telefon klingelt und wir gehen rein. Hey, können Sie mich hören? Ja, Mann. Ich höre hier. Ihr Boss. Ist das supposed to be... Es sieht aus wie ein Schack. Also, was ist der Plan? Ich komme immer mit meinen Ideen spontan. Sie sind alle gut. Oh, geil. Warum würde ich einen Plan brauchen? Du, du musst den Schack zu stoppen. Vater, sag ihm, dass du die Kroßes herumklingst. Komm, 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 komm. Ich habe eine bessere Idee. Ich lasse dich gehen. Wenn du die Kroßes herumklingst, woher du die Kroßes vonklingst? Du hast sie verloren. Spiel Poker. Don't worry, I've fought it all out. You will have to craft them with his own hands. The vampire will be klingelt in the Kroßes. Holy shit. Okay, okay. They lock me inside the church. Fucking hilarious. I have to admit, the Parson knows, they have to look at the character. Was ist denn das? Okay, ich soll Kreuze bauen, oder was? Es ist sehr viel Story. Es ist sehr viel, äh, Erzählerei. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das in einem coolen Slang in der eigenen Sprache vielleicht so ein bisschen mehr, ah, ein bisschen mehr versteht und mehr Bock drauf hat. Ähm, aber ich glaube, man kriegt das so einigermaßen hin. Wir sollen Kreuze bauen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Map-Journal. Ähm, Collect Wood. Drei Stück sollen wir sammeln. Irgendwo muss noch, vielleicht haben wir hier oben noch ein Holz. Jawohl, tatsächlich. Das dritte Holz, okay. So, jetzt geht's weiter. Ich dachte erst, es geht hart in so einen Shooter rein. Vielleicht kommt das noch. Oha, siehst du, jetzt hört man wieder nichts, ey. Okay. Alter. Ohne Mist, Alter, wer, also Sound, Sound in Trash Games ist immer, ist immer das Schlimmste, Alter. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Kannst du dir nicht ausdenken. Alter, ich würde mich erstmal auf jeden Fall um den, um den Wein kümmern. Der ist doch bestimmt noch gut, ey. Da kann man doch mal reinschnuppern. Und guck mal hier, ey. Uh! Ey! Ich kümmere mich um den Wein. Not in the eyes. Not in the eyes. Not in the eyes. Ah, was ist denn jetzt hier? Not in the eyes. Oh, wow, wow, wow. Jetzt muss ich wieder lauter drehen. Aber doch nicht. Oh, da stelle ich Ubeisi. It's a disguise. I'm looking for a guitar. The devil didn't make the guitar for someone to play psalms on that. I had to blow it to pieces. When I die, I served my corpse. I found black metal in the shade in his pocket. That's what I'm talking about. Also mal ohne Scheiß, ey. Ich brauch den Schlüssel dafür, okay, für den Keller. Alter, das Game, ey. Oh! Benzinkanister? 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 Okay. Ganz viele Batterien. Ja, Mann. Da ist er, der Basi. Boah, der Schrubber ist ganz wichtig Okay, es läuft halt hier einfach Black Metal Black Metal ist required to make Weapon Upgrades Okay Alter, was hier auch noch alles rumliegt Was sind das für Zipfel, Leute, Alter? Und er hier vor allem Ne Was? Ja, ja Gib ihm Alter Und da ist das Blue Die Blue Blueprint Uuuuh, was haben wir denn jetzt hier? Charging Weapon Hold the attack button To perform a charge attack Hmm, benötigt mehr Ammo Oh, ich hab noch gar nicht gesehen, dass ich Ammo habe Ah Okay, ich kann immer noch boxen Aber ich kann auch Bam Aufladen So, was war das jetzt mit der mittleren Maustaste? Action Trinken Und was ist das? Ne, ich kann auch noch segnen Alter, das wird ja ein wildes Game Okay, damit mache ich mit Q Wechsle ich die Waffe Das ist praktisch Ein wildes Game Ein wildes Game Da ist auch noch ein Böser Den müssen wir auch einen auf den Nuss geben Aber ich hätte gerne vorher Man gibt es denn noch für Möglichkeiten Für die rechte Hand hier Nichts Nur boxen Und segnen Machen wir mal Bless you Sorry, ich muss es leiser machen Es geht gar nicht anders Ich kann es ja nicht ausmachen Ich kann es noch nicht ausmachen, Alter Bam Okay, krass Krass, 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 krass Also was gerade echt ein bisschen schade ist Dass es mit dem Sound so schwierig ist Es ist wirklich schwierig mit dem Sound Das vermiest natürlich echt viel Also da ist der Sound leider wirklich, wirklich Wirklich, äh, störend Man kann ja gar nicht, gar nicht richtig, äh Man kommt ja gar nicht richtig rein, ey Das muss, ich muss halt alles super leise runterdrehen Damit wir, äh, damit einem nicht die Ohren wegfliegen, ey Das Sound, das Sound Bei so Trash Games immer der Knackpunkt sind, ne Dass das so schwierig ist einzustellen, ey Jo, rinnen hier hauen, ey Ich geh da mal unten hin Ähm Ne, 25 Meter Ich muss doch da hin Muss ich mit denen erstmal quatschen, oder wat? Jo, jo, jo Warte, geht ab Ich, muss ich dir, ich, ich segne euch Hier Tatsächlich Alter, ich hab's erstmal alle schön gesegnet, ey Ha Ich bin auf jeden Fall voll der Priest, ey Da seh ich mich schon Hart am Abpriesten, ey Wow Ich krieg dafür immer irgendwie Skillpoints, oder sowas You piece of shit Und da wird hier aber gemetzelt Okay, bei den Kaputten kann man nichts mehr machen Und ich hab kaum noch Muni, seh ich gerade Aber wir kriegen tatsächlich Äh, richtig fette Kohlen dafür Das ist natürlich praktisch So, was macht jetzt die Robbe hier? Alter, ey, du bist auch der wildeste Dude Ich sag es dir Ja, Mann Ja, Mann Naja, dann werden wir Dann werden wir doch dafür sorgen Dass du es wieder zurückkannst Gibst Ja, du kriegst ja deinen Curse back, Alter Du kriegst deinen Curse Oh Ja, da seh ich mich aber auch Nö Ne, jetzt hab ich auch noch einen Grab Knocking out Opponents Alter Ja, krass Jetzt wird's aber schon wild Äh Uh Und ich kann ranzoomen Und es lädt sich wieder auf Das ist gut Zack Lädt sich wieder auf Komme ich denn wirklich näher ran? Ich stell mich mal hier an die Kante Huch Oh nein, jetzt ist er Jetzt ist er pisst Oh mein Gott So, geht doch wieder Machen wir auch noch Also ganz, ganz wilder Scheiß bisher Ganz, ganz, ganz wilder Scheiß Sehr, sehr Sehr, sehr trashig Aber ich muss sagen Also so von der Art her Gefällt's mir Guck mal hier Gute, witzige Ideen mit dabei Mh Manchmal ein bisschen schwierig Also wirklich ein bisschen Hier schon wieder, oder? Ja Manchmal wirklich ein bisschen schwierig Aber Ja, sagen wir mal Das Schlimmste ist tatsächlich Gerade nur Der Sound Das ist wirklich, wirklich schade Oh, wie langsam ich das auflade Wait a minute Wenn ich Air drücke Nee, wie kann ich denn reloaden? 50% Rabatt Ja, dankeschön Inventory Also der Sound Ich kann's halt Ich kann halt wirklich nicht lauter drehen Weil einem sonst die Ohren wegfliegen Wenn die Leute sprechen Das ist halt echt mies Hier kann ich gerade gar nichts kaufen Leider nein Und da hinten geht's noch weiter Und noch weiter Und noch weiter Also wir haben hier noch richtig viel zu entdecken Ich geh da auf jeden Fall nochmal rein Weil mich auch interessiert Wie das ganze Game weitergeht Und was hier halt noch so passiert Es ist halt jetzt schon übelst trashig Aber es hat auch irgendwie ein bisschen was Also man levelt hier so ein bisschen Diesen Priest Es hat Es hat so ein paar So Roleplay Sachen mit Komponenten mit drin Die halt irgendwie Irgendwie schon ganz witzig sind Und dazu Dieses ganze trashige Thema Das Szenario an sich Also bitte Das Szenario an sich Ist ja schon Schon mehr als trash Oder? Also was Was soll man da noch sagen? Irgendwelche Busse In Kirchen? Bam Läuft ey Ja und das Video In ganzer Länge Siehst du dann Auf dem Zweitkanal Das verlinke ich hier nochmal Zack Gerne auch da Ein Abo dalassen Hilft mir mega Bis dahin 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 Bis dahin